Ja, herzlich willkommen zum vierten Teil der Langzeitdokumentation über das Fluvalflex. Der letzte Teil ist ein paar Monate her. Es ist mehr oder weniger viel passiert. Ich habe den Titel Nicht umsonst plagen und neue Bewohner gewählt und werde dir in diesem Video mal zeigen, was hier alles passiert ist in der letzten Zeit und wie die neuen Bewohner aussehen. Im letzten Teil habe ich dir ja schon darüber berichtet, dass ich sehr stark zu kämpfen hatte mit den Fadenalgen. Sie waren überall komplett. Die musste ich immer mechanisch beseitigen vom Gestein, absaugen, damit ich der Sache überhaupt Herr werde. Und zusätzlich habe ich dann noch auf Korallenablegern die sogenannten Kugelalgen gefunden. Kugelalgen sind überhaupt gar kein Spaß. Also wenn du diese im Aquarium findest, solltest du sofort eingreifen. Am besten den kompletten Ableger rausnehmen aus dem Becken und draußen beseitigen. Und nochmal schön mit VE-Wasser drüber spülen, damit alle Sporen wirklich beseitigt sind. Und ich hatte halt an zwei, drei Stellen diese Kugelalgen im Becken gefunden und habe dann versucht, die auch zu entfernen. Bin aber nicht Herr der Lage geworden. Habt wahrscheinlich im Becken sogar noch Sporen verteilt. Und nach einigen Wochen, ich lasse mich sagen, es sind vier Wochen vielleicht gewesen, sah ich überall am Gestein einzelne Kugelalgen. Das ist eine Katastrophe für mich gewesen, weil Kugelalgen können die auch wirklich den Spaß an der Sache verderben. Also habe ich ein bisschen recherchiert und im Internet das Mittel Vibrant gefunden. Vibrant soll gegen diese Kugelalgen und teilweise auch gegen die Fadenalgen helfen. Ich hatte die Kombination bei mir im Becken, also habe ich das bei Ebay bestellt, war nach anderthalb Wochen ungefähr hier. So eine kleine Flasche kostet ungefähr zwischen 20 und 30 Euro. Das war mir egal und wollte es einfach mal ausprobieren. Wohlbemerkt, mein Becken zu dem Zeitpunkt vier Monate alt. Ich habe dann nach der Anleitung, wie es auf der Flasche steht, das Mittel geimpft oder dosiert und sah nach einer Woche schon, dass die Kugelalgen von dem saftigen Grünen auf einmal in so ein hellgrün verblassten. Und nach einer weiteren Woche lösten die sich sogar auf. Dann nach zweieinhalb Wochen oder sowas waren sie sogar komplett weg. Und ich habe mir gedacht, komm, stell doch einfach mal die Dosierung ein von dem Mittelchen und schau mal, was passiert. Nach ein, zwei Wochen war immer noch alles okay. Also ich konnte nichts mehr sehen. Ich hatte dann auch schon wieder mit Aktivkohle gefiltert und Wasserwechsel gemacht, die Grünalgen wieder abgesaugt, die teilweise auch diese kleinen Sporen davon sogar rückläufig wurden. Aber hinten an der Rückwand war immer noch alles voller Fadenalgen. Wie gesagt, die Kugelalge war nicht mehr zu sehen. Dann nach weiteren, ja, ich würde sagen zwei, drei Wochen wurden die Korallen vom Aussehen immer schlechter und immer schlechter. Irgendwie, die standen nicht mehr. Die Anemone zog sich zurück und die Zoas sowieso, die waren komplett beleidigt. Die LPS waren auch fast überhaupt gar nicht mehr offen. Und ja, ich habe da versucht mit Teilwasserwechsel das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen. Und auf einmal merkte ich an einer Stelle im Becken, dass sich rote Cyanobakterien sich bildeten. Und dann ging es auch rapide los. Ich habe die versucht abzusaugen mit dem Wasserwechsel. So schnell kam ich aber nicht hinterher. Am nächsten Tag waren die schon wieder komplett voll. Und das ganze Becken war fast rot mit Cyanobakterien. Ich schließe jetzt daraus, dass das Becken, weil es nur vier Monate zum Zeitpunkt der Dosierung mit Vibrant alt war, dass das Milieu gekippt ist einfach. Das Becken war noch nicht bereit für das Mittelchen. Ich habe das natürlich im Internet mit ein paar Usern besprochen, die das sogar teilweise permanent dosieren, das Vibrant, und sehr großen und guten Erfolg haben. Deswegen schließe ich für mich jetzt daraus, dass ich dieses Mittel viel zu früh in das Becken reingegeben habe. Es funktioniert gegen die Kugelalgen, gegen die Fadenalgen nur bedingt. Aber der Zeitpunkt zur Dosierung, der war komplett falsch für das Becken. Und deswegen ist das Becken komplett umgekippt und hat mich auch wirklich einige Ableger gekostet und war da sehr, sehr traurig drüber. Und kann deswegen sagen, dass das Vibrant auf jeden Fall funktioniert gegen Kugelalgen, aber nicht in einem Becken eingesetzt werden sollte, was so jung ist. Viele, die jetzt ältere Becken haben, sollen nicht denken, oh, dann funktioniert das ja auf jeden Fall. Es gibt auch welche, die haben viele, viele Ableger dadurch verloren. Da kam nichts mehr hinterher, sondern einfach dieses Vibrant hat anscheinend, ich nehme es jetzt mal an, die Bakterien in den Korallen zerstört. Und die haben dadurch auch viele Verluste erlitten. Trotz alledem muss ich sagen, kann ich das Mittel gegen Kugelalgen weiterempfehlen, aber mit Vorsicht. Im April diesen Jahres habe ich das Vibrant dosiert. Und jetzt haben wir Mitte Juli und das Becken steht immer noch nicht richtig. Die Korallen sind immer noch nicht richtig offen. Und sie sehen immer noch sehr beleidigt aus. Die Zoas kommen jetzt so langsam endlich wieder. Die haben sich auf jeden Fall schon, du kennst das vielleicht von Zoas, wenn die anfangen zu wandern auf den Stein und sind nicht mehr so schön geöffnet, sondern eher geschlossen. Dann sieht das so aus, als würden die sich auseinanderziehen und eigentlich der Sache entfliehen wollen. Dann teilweise lösen sie sich sogar auf. Mittlerweile sind sie jetzt wieder so, wie man sie kennt. Sie sitzen alle mit einem kurzen Kopf auf dem Stein. Und ja, sie haben zwar noch nicht die Farbe zurückerlangt, aber die sehen auf jeden Fall schon mal viel besser aus. Gut, die Anemone, meine Sunburst-Anemone, die hat sich sogar in der Zeit geteilt. Das fand ich sehr, sehr positiv. Jetzt habe ich zwei davon. Zwei Gorgonien habe ich leider verloren. Zwei habe ich hier noch. Die Scheiben-Anemone kommen jetzt auch langsam wieder zurück. Die LPS auch, aber von der Farbe noch nicht. Und Euphylia, die könnt ihr jetzt noch ein bisschen nachlegen. Die hat noch sehr, sehr kurze. Und hier das Hamrum da oben, das habe ich auch noch hier unten. Das kommt jetzt langsam erst mal wieder aus seiner Substanz raus und zeigt die schönen grünen, langen Polypen. Und kämpft aber auch noch anscheinend so ein bisschen. Ich bin aber sehr, sehr froh mittlerweile, dass das Becken so langsam wieder in seine Substanz zurückkommt von dem Milieu her. Und hoffe durch das Einsetzen der Fische, dass vielleicht noch ein bisschen positive Bakterien mit ins Wasser reinkommen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt impfe ich absolut überhaupt gar nichts mehr. Ich mache nur noch Wasserwechsel und lasse seit Wochen das Becken in Ruhe und greife da überhaupt gar nicht mehr ein, außer halt dieser Wasserwechsel. Und versuche das einfach mal so in den Griff zu bekommen. Das waren sozusagen die Bad News. Jetzt kommen die Good News. Und das ist der Besatz in dem Becken. Ich habe lange überlegt, welche Tiere setzt du da rein? Klauenfische kann ich vergessen. Sieht immer schön aus. Typisches Meerwassertier, sage ich mal. Aber für das Becken absolut nicht zu empfehlen. Da werden die Tiere viel zu groß. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, eine kleine Gruppe. Denn ich wollte irgendwas, was eine Gruppenbildung hat, was vielleicht irgendwie so als Schwarm so langsam zu erkennen ist. Ist natürlich auch schwierig in dem kleinen Becken. Ich kann ja nicht irgendwie 10 oder 20 Tiere dort reinsetzen, die als Schwarm hier drin schwimmen. Dafür wäre das Becken auch viel zu klein. Ich habe mich dafür entschieden. Pseudo, Chromis, Fridmani, Zwergsalomon, Zwergbarsch, wie auch immer du ihn nennen möchtest, habe ich hier eingesetzt. Eine Gruppe von vier Tieren. Und bei diesem Tier ist es halt so, dass sich das wie beim Clownfisch, wenn du es als Jungtier einsetzt in einer Gruppe, dass sich dort ein Männchen rauskristallisiert und der Rest wird zu Weibchen werden. Und jetzt sind die Tiere noch zu jung, aber es ist ein absoluter Topfisch. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich mich für diesen Fisch entschieden habe, denn der ist permanent zu sehen. Es gibt immer so einen, der versteckt sich so im Gestein, kommt dann aber immer raus. Ich kann dir das auch gern mal zeigen. Ich fütter einfach jetzt mal so ein bisschen an. Ich habe mir mal angewöhnt, bevor am Füttern immer so ein bisschen hier oben hin zu trommeln. Jetzt sitze ich aber komischerweise mit einem hellen Licht vor dem Becken und wahrscheinlich mögen die Fische das jetzt nicht so gerne. Und ja, ich fütte sie mal, dann werden wir sie auf jeden Fall zu sehen bekommen. Und der Fisch ist, wie gesagt, immer zu sehen und ein wirklich schönes Tier. Je nachdem, wo er dort gerade schwimmt, leuchtet er wirklich super schön lila. Ist natürlich jetzt mittlerweile nach einem halben Jahr Laufzeit oder sieben Monaten Laufzeit, ist das Gestein auch komplett lila geworden. Also vielleicht, der Kontrast ist jetzt nicht so da wie bei einem gelben Fisch. Trotz alledem ein super tolles Tier und bin sehr, sehr froh. Und wie gesagt, ganz wichtig für mich, er schwimmt auch in einer Gruppe und ist immer zu sehen. Wirklich ein sehr, sehr schönes Tier. Wenn du allerdings, wenn du allerdings Makroaufnahmen oder sowas von diesem Tier machen möchtest, dann musst du schon ein bisschen Übung haben. Denn ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde mal hier vor dem Becken gesessen und versucht, ein schönes Handyfoto hinzubekommen. Mit einem Makroobjektiv ist das natürlich noch doppelt so schwer, weil wir haben halt diese Krümmung. Man muss halt immer schön parallel zur Scheibe arbeiten und dann natürlich auch den Fisch im richtigen Moment erwischen. Also du brauchst eine gute Beleuchtung, damit dann auch die Verschlusszeit dementsprechend gut ist. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen, dort ein wunderschönes Foto von dem Fisch zu schießen. Aber ich glaube, ich werde mich da noch mal vorsetzen und das versuchen. Dann natürlich die Weißbandgarnele, Putzergarnele. Ist für mich auch so ein typisches Merkmal für Meerwasserbecken. Habe ich sehr, sehr gerne. Sind den ganzen Tag fleißig. Allerdings glaube ich nicht, dass der kleine Zwergbarsch sich von dieser Garnele putzen lassen wird, weil er halt ein sehr klein bleibender Fisch ist und vielleicht dann auch Angst hat, von der Garnele gefressen zu werden. Sie macht auch noch nicht den Anschein. Wahrscheinlich ist die Garnele auch noch zu jung, die Fische putzen zu wollen. Auch meine Hand möchte er noch nicht haben. Da hat es wahrscheinlich das Tier sich noch nicht an mich gewöhnt. Aber ich denke, das wird sich in der Zeit dann noch ändern. Ich füttere, wie du vielleicht gerade schon gesehen hast. Ich habe hier vom Microbe Lift die Marine Flakes. Allgemeines Futter finde ich sehr schön, weil es halt wie so Esspapier da rumschwebt in dem Wasser beim Füttern. Und die Tiere dann auch so ein bisschen das Essen zerfetzen können. Das finde ich ist eine schöne, feine Sache. Dann habe ich hier noch was ganz Neues, was ich gerade ausprobiere. Und zwar Easy Reef. Oder Easy Reefs heißt es eigentlich. Und das ist ein in Spanien hergestelltes Produkt mit so, die nennen sich Mastix. Das sind so kleine Phytoplankton-Sticks. Was extrem auffällt, ist der Geruch. Also wenn man daran riecht, man denkt, ein Landwirt hat eine Wiese gemäht, hat das ganze Gras oder den ganzen Abschnitt auf einen Haufen gemacht und dann hat es geregnet. Und genau so riecht das Zeug. Und ich kann es dir gerne mal zeigen. Das ist hier wie so ein kleiner Stick. Der ist matschig weich. Und da kann man sich jetzt so ein kleines Stückchen abreißen, je nachdem wie groß das Aquarium ist. Und klebt das dann hier einfach in das Innere der Scheibe und matscht das da dran. Und genau das fand ich so cool an diesem Produkt, dass man das halt da dran matscht. Und dann löst sich das so Stück für Stück auf. Und ja, die Tiere können halt dann sich dort was zu essen holen. Und auf der Verpackung steht drauf, dass das ein Alleinfuttermittel ist sogar. Frage ich mich natürlich für was. Aber selbst Schnecken mögen das sehr gerne. Also alle Bewohner, auch die Garnele. Jetzt kommt die Garnele nämlich. Die wittern das ganze Zeug und die ist da sehr, sehr gierig drauf. Also glaube ich, dass das ein sehr hochwertiges Futter ist für uns als Tiere. Das probiere ich jetzt gerade erst in der zweiten Woche aus. Bin aber auf jeden Fall begeistert davon, dass man es einfach an die Scheibe dran klebt. Und es ist sehr, sehr einfach im Umgang. Des Weiteren nutze ich gerne von Plankton Vital das erste lebende Phytoplankton-Pulver auf dem Markt. Und zwar ist dieses Pulver von der Konsistenz her wie wirkliches Farbpulver her. Also es hinterlässt überall, wenn man es denn anpackt, diesen grünen Pulverbelag. Und das mischst du einfach. Ich nehme mal so einen gestrichenen Löffel und mische das mit Meerwasser. Schüttel das in einer kleinen Flasche, lass es ein paar Minuten stehen und schüttel es dann wieder ganz doll. Und hier werden wohl über 50 Prozent der Zellen wieder reaktiviert. Und du hast halt Phytoplankton, was du deinem Meerwasserbecken zugeben kannst. Und muss es halt nicht in flüssiger Form machen. Im Sinne von, du kaufst es flüssig oder du züchtest dir das halt selber. Sondern benutze das halt hier als Instant quasi. Und ja, jetzt ist das Becken natürlich sehr, sehr beleidigt. Und die Filtrierer, die jetzt hier drin sind, sind auch noch beleidigt. Aber trotz alledem nutze ich dieses Futter hier als Erweiterung des Lunchpaketes für mein Aquarium. Dann kommt natürlich noch Frustfutter dabei. Alle Arten, die es gibt. Und habe so immer einen schönen Wechsel und hoffe, dass ich den Tieren damit auch was Gutes tue. Das waren quasi die Bad und die Good News über das Becken. Der Rest des Beckens läuft wunderbar. Ich habe ja noch die Fluval LED-Lampen drüber, weil ich halt das geschlossene Becken sehr schön finde. Und halt nicht das Konzept mit einer LED-Lampe, die über dem Becken hängt, benutze. Da habe ich ja in der letzten Zeit ein paar Reviews auch gemacht über LED-Lampen. Das war in der Sommerzeit. Und habe dann zum Beispiel den Arctic Breeze von Aquamedic oben drin gehabt, der mir dann das Becken gekühlt hat, weil es doch sehr, sehr heiß hier drin war. Wir hatten 26 Grad allein schon hier im Wohnzimmer drin. Und jetzt habe ich es momentan wieder geschlossen, weil ich das geschlossene System einfach favorisiere, weil das Becken halt auch so laufen soll. Der Eiweißabschäumer funktioniert immer noch sehr gut. Die Rückförderpumpe von Fluval, die könnte so ein kleines bisschen mehr Schmalz gebrauchen, um die Filtrierung zu erhöhen. Mittlerweile filtriere ich hinten mit einem Fließmaterial, was ich auch von Fluval benutze momentan. Das Nachfüllsystem, also die automatische Nachspeisung, nutze ich so, wie ich das auch in meinem Video schon mal gezeigt habe. Das ist diese selbst gebastelte Geschichte mit 5 Volt. Wenn du nicht selber basteln möchtest, kann ich dir von Aquamedic das Refuel System 2.0 sehr empfehlen. Das funktioniert tadellos und ist, finde ich, ein sehr schönes automatisiertes Konzept von denen, was ich sogar auch hier drin nutzen könnte. Also es passt gerade eben rein, wenn du das machen möchtest mit dem Wasserstand. Der Wasserstand geht dann ungefähr im Technikbecken 5-6 Zentimeter unterhalb der normalen Kante. Finde ich aber sehr schön, weil du hast einen guten Oberflächenabzug, wenn du das so veränderst, wie ich das auch schon in meinem Teil erklärt habe, wie ich das hier gemacht habe. Ansonsten, die J-Baupumpen, die laufen tadellos und machen eine wunderschöne Strömung. Ich spiele immer noch mit der Strömung, um mal zu gucken, wie verändert sich das Ganze auf die Korallen. Aber ansonsten ist das Becken wirklich wunderschön. Auch die Krümmung stört mich immer noch nicht. Klar, für Makrofotos suboptimal, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Becken und hoffe, dass es jetzt in den nächsten Wochen endlich weitergeht und werde dir dann auch noch in einem weiteren Teil etwas über die Balling-Methode sagen, wie ich das Ganze in diesem Becken machen kann und mit einfachen Worten versuchen, dir zu erklären. Das war's. Ich hoffe, du hattest Spaß am vierten Teil und ich hoffe, wir sehen uns auch im fünften Teil wieder und vielleicht auch bei meinen anderen Reviews oder was auch alles noch kommt. Es ist gerade wieder was unterwegs und ich freue mich sehr und hoffe, du hattest Spaß am Video. Mach's gut! Ich hoffe, du hattest Spaß am Video. Ich hoffe, du hattest Spaß am Video. Ich hoffe, du hattest Spaß am Video.